Damit du bei der Groß- und Kleinschreibung keine Fehler mehr machst, sind in unserem Video alle wichtigen Regeln zusammengefasst. Los geht's! Du willst die besten Lernvideos für Schüler und Studenten? Dann komm auf studyflix.de oder hol dir unsere kostenlose App. In der deutschen Sprache ist festgelegt, welche Wörter du groß schreibst und welche klein. Warum das Ganze überhaupt, fragst du dich? Ganz einfach. Du findest dich in Sätzen und Texten dank der Groß- und Kleinschreibung viel besser zurecht. Du kannst so flüssiger und schneller lesen. Die Faustregel dafür lautet, Nomen und Satzanfänge schreibst du groß, alle anderen Wortarten klein. Aber sehen wir uns das noch einmal genauer an. In welchen Fällen schreibst du Wörter nun genau groß? Zunächst einmal, wenn du ein Substantiv schreibst. Namenwörter sind nämlich die einzige Wortart, die du immer groß schreibst. Du erkennst sie an einem vorangestellten Artikel, einem Adjektiv oder einem Zahlwort. Es können aber auch Wörter aus anderen Wortarten zu Substantiven umgewandelt werden. Sie nennst du auch Substantivierungen. Sie verhalten sich dann wie ein Namenwort. Du schreibst sie also auch groß. Das Verb tanzen kannst du zum Beispiel ohne Veränderung substantivieren. Das Tanzen ist meine Leidenschaft. Das funktioniert auf ähnliche Art und Weise auch mit Adjektiven. Am liebsten esse ich den ganzen Tag etwas Süßes. Hier zeigt dir übrigens auch das Wort etwas, dass du das Wort danach groß schreibst. Dabei handelt es sich nämlich um eine unbestimmte Mengenangabe. So wie auch in diesem Satz. Es gibt ganz viel Neues zu entdecken. Aber aufgepasst! Verwechsle Substantivierungen nicht mit den Steigerungsformen von Adjektiven. Es heißt zwar, du hast dir etwas Schönes gekauft, aber in der höchsten Steigerungsform ist es beispielsweise, dein Abschlusskleid war wirklich am schönsten. Gesteigerte Adjektive schreibst du also klein, substantivierte groß. Weiterhin musst du auch höfliche Anredepronomen groß schreiben. Wenn du also einen formalen Brief oder eine offizielle E-Mail schreibst und die Adressaten siehst, schreibst du das Anredepronomen sie groß. Dazu gehören alle Höflichkeitsformen, wie du zum Beispiel solchen typischen Redewendungen aus offiziellen Nachrichten entnehmen kannst. Ich bedanke mich für ihre Rückmeldung. Auch die Wortgruppe der Namen und Eigennamen schreibst du groß. Sie können aus mehreren Teilen bestehen, wie zum Beispiel bei Der schiefe Turm von Pisa oder Das römische Reich. Aber auch bei einfachen Namen solltest du darauf achten, sie immer groß zu schreiben. Etwa so. Meine Freundinnen Anna und Julia kommen später noch vorbei. Wie du an diesem Beispiel erkennst, sind nicht nur die Namen und das Nomen groß geschrieben, sondern auch ein weiteres Wort. Meine. Das gehört zur Wortart der Pronomen und die werden eigentlich klein geschrieben. Hier greift aber die letzte wichtige Regel der Großschreibung. Unabhängig von der Wortart beginnen Satzanfänge immer mit großen Buchstaben. Beachte auch, dass du groß weiterschreibst, wenn nach dem Doppelpunkt ein ganzer Satz kommt. Das kann beispielsweise so aussehen. Nächste Woche wird super. Wir fahren in den Freizeitpark. Den Doppelpunkt kennst du bestimmt noch durch eine andere sprachliche Besonderheit, die wörtliche Rede. Du beginnst die Äußerung nach den Anführungszeichen also immer groß, wie du an diesem Beispiel erkennen kannst. Sie hat mir hinterhergerufen, vergiss die Tasche nicht. Oftmals steht nach einem Doppelpunkt jedoch eine Aufzählung dieser Art. Es gibt viele Wörter, die du statt Gehen benutzen kannst. Schreiten, Spazieren, Rennen und so weiter. Wie du siehst, werden hier Verben aufgezählt, die du immer kleinschreibst, so auch nach dem Doppelpunkt. Es folgen ja keine ganzen Sätze, sondern nur einzelne Wörter. Schau dir zur richtigen Schreibweise nach dem Doppelpunkt am besten dieses Video an. Hier erklären wir dir alles noch einmal ganz ausführlich. Und schon sind wir beim zweiten Teil, der Kleinschreibung. Aber die ist eigentlich ganz einfach. Schließlich sind kleingeschriebene Wörter der Regelfall und großgeschriebene eher die Ausnahme. Du schreibst nämlich alle Wortarten außer den Substantiven klein. Dazu gehören Verben wie Sprechen oder Hüpfen, Adjektive, also warm oder traurig, Adverbien, etwa gestern oder heute, und Pronomen, zum Beispiel du oder euch. Außerdem klein schreibst du Artikel wie der oder eine, Präpositionen, etwa unter oder ohne, Konjunktionen, also und oder weil, und zum Schluss Zahlwörter, beispielsweise drei oder zwölf. Schauen wir uns das Ganze noch mal in einem abschließenden Beispiel an. Zum einen sehen Winterlandschaften immer schön aus, zum anderen ist es aber echt kalt. Hier erkennst du sehr gut, dass Wörter mit großem Anfangsbuchstaben viel seltener vorkommen. Bis auf den Satzanfang und das Substantiv schreibst du alles klein. Sehr gut, jetzt bist du absoluter Profi in der Groß- und Kleinschreibung. Aber heißt es nun Guten Morgen oder Guten Morgen? Um die Unsicherheit dabei aus der Welt zu schaffen, schaust du dir am besten direkt dieses Video an. Dir hat das Video gefallen? Für mehr kostenlose Videos komm auf studyflix.de und hol dir unsere App.